Willkommen wieder im Winter Ressort Simulator Season 2 im Multiplayer, ja hier unten ist schon der Niko und heute zwar nicht im Spiel ist auch wieder Niklas mit dabei, ich darf nicht rein. Lenz war nicht so, ne? Oh 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 schon wieder verkackt. Genau und ich bin der Niko und ich hatte gerade die Warn... Aua! Hä bei mir ist die... Was? Alles gut, alles gut. Ja das sieht doch schon mal gut aus. Ach gut hier haben wir wenigstens noch ordentlich Platz auf dem Gleis, aber das andere Gleis ist minimalistisch überfüllt, hätte ich gesagt. Hat keiner gesehen. Gar niemand mehr. Ne auf jeden Fall, ja genau in der letzten Folge bei Niko haben wir ja hier die Garagierung begonnen und heute schließen wir hier noch kurz ab. Danach müssen wir dann nach vorne fahren. Ja ähm... Lassen wir die hier jetzt ganz durchdressen oder sollen wir ähm... Ja ich würde hier hinten noch kurz warten bis hier alles steht. Ja das geht nehmen wir weiter, dann halten wir an. Okay ähm... Mach ich mal Bahnhof, dann kannst du im Kommandoraum die Lichter und so schon mal ausmachen. Äh... 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 Ja gut dann komm ich. Gut also äh... Ja... Ich war grad weg. Okay. Ähm... Ja wir müssen hier nur Steuerspannung aus, mehr nicht. Äh... Lichter, was hast du denn alles an hier? Nur hier... Äh... Hier. Ah und Stationsbrücke. Gut ähm... Nicht nur passelos meine äh... Taschenlampe. Genau dann haben wir die äh... Gibt's hier eine Taschenlampe? Hä? Ja halt L. Das wusste ich gar nicht. Gab's das in Season 1 schon? Ja. Boah. Ich merke das jetzt erst. Ich dachte immer, wow hier gibt's ja nicht mal eine Taschenlampe. Äh... Dann fahren wir mal den YOLO hoch. Äh... Genau setze ich mich mal rechts von dir hin. Als Abwechslung. Äh... Genau du musst einfach nur nach vorne äh... Zum Mittelpunkt fahren. Wie ist denn das Netz? Äh... Äh... Alles gut. Okay. Ja... Schaut auch so aus, ne? Äh... Das war wohl vorhin in der Firmenbar beim Mittagessen ein äh... Glas zu viel. Äh... Ja ich würd mal sagen wir machen Timelapse. Also gestern bin ich ja wie gesagt an der Pommes verreckt. Äh... Diese Story erzählen wir euch äh... Natürlich das nächste Mal. Wird sowieso keiner weil wir gerade ein Timelapse aufnehmen in dem Fall. Okay jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich leicht falsch gefahren bin. Aber... Der Nico der äh... Ja macht einfach mal dort drüben. Ich glaube hier oben... Jetzt war... Ja komm. Ich schau mal kurz auf den Pistenplan ob ich hier nochmal... Ja mit der 10a kann ich nochmal rüber dann. Und soll ich die 12 jetzt machen? Äh... Du sollst... Ja die 12 genau. Da komm ich nachher auch hin. Hilfe und ich sollte auch mal ein bisschen schauen, dass ich... auch schön in der... Ja schön an der Spur dran fahre. Und nicht irgendwo in der Mitte. Ähm... Weil ich glaube hier müsste jetzt dann demnächst... Ja der... Abzweiger kommen damit ich wieder... Auf die richtige Piste komme. Ach hier hinten hat es ja... Ja? Ich glaube ich habe gehört, dass äh... Wir hier bald mal auch investieren können in eine neue Seilbahnanlage oder? Genau wir wollten ja eigentlich die Sonnenbahn und die Stubhornbahn in Betrieb nehmen. Genau äh... Erstens das und äh... Wäre es vielleicht sogar auch möglich eine neue Bahn hier auf Halschstellen zu bauen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm... Wir haben nämlich hier ein Gebrauchangebot bekommen von äh... Ja ist jetzt eine Bahn, die wahrscheinlich nicht so ausgelastet sein wird an der Stelle. Mhm. Aber wir haben dann ein relativ gutes Angebot bekommen habe ich gehört. Okay. Ja handelt sich um ein GERAK 2 TLF. Ah... Okay. Zwar schon gebraucht, aber... Wer sagt, dass gebrauchte Anlagen nicht gut sind, ne? Na eben. Ja auf jeden Fall, die Bahnen hier gehören uns ja eigentlich schon alle. Wir müssen ja nur noch schauen, was wir in Betrieb nehmen. Dann könnten wir uns vielleicht dann schon irgendwann mal einen... Bau in Betracht ziehen. So, hier kann ich jetzt abbiegen, genau. Ich habe hier übrigens grad noch einen... Ja Speicherteich gesehen, der ist mir bisher gar nicht richtig aufgefallen. Das heißt... Ja doch, ich wusste schon, dass es den gibt, aber ich war da noch gar nie. Ich denke, wenn wir dann mal beschneien, also mehr beschneien müssen, dann... Können wir dann auch mal dort nach hinten fahren. Zu diesem Speicherteich. Ja dann schauen wir mal, wo wir jetzt den Niko wieder antreffen werden. Ich glaube, irgendwo hier vorne müsste er dann kommen. Gut, dann gehen wir mal in die Innenansicht. Das ist etwas, ja, realistischer auf jeden Fall. Ich fahr die ganze Zeit schon in der Innenansicht tatsächlich. Ja, sonst fahr ich eigentlich auch ziemlich oft in der Innenansicht. Nur jetzt war ich grad irgendwie in der Außenansicht. Manchmal zu offen, das ist so ganz praktisch, aber... Ja. Weil ich sie für mich spiele, dann ist es schon cooler in Innen. Mhm. Ja, ne, weil ich da suchen musste, wo ich jetzt dann tatsächlich abbiegen muss. Hab das nur grad ich das Gefühl, oder steht dieses Pistenschild hier enorm schräg? Das kann schon sein. Okay. Weil ich glaube, das beachtet auf eigenen Maps eigentlich kaum jemand, dass er die Schilder auch so setzt, dass sie von oben, wo die Skifahrer herkommen, auch gut lesbar sind. Zumindest ist es mir jetzt noch nirgends wirklich aufgefallen. Auch ich schau da nicht drauf. Na gut, ähm... So, ich glaube, ich seh dich. Ich seh dich jetzt nicht auf der Karte, keine Ahnung. Nicht? Wo bist du denn? Ich bin auf der Piste 12. Wie weit? Ich bin grad viel weiter über dir. Hä? Ich bin viel weiter über dir, du bist schon relativ weit unten. Ja, das ist nicht mehr die Piste 12. Ach so? Den Fehler hatte ich eben auch gemacht. Und dann bin ich an derselben Stelle falsch gefahren. Na gut. Ich bin Piste 11. Mhm. Haha. Ja gut, ich würde sagen, wir sind jetzt schon mal die Piste 12. Wir schauen dann beim nächsten Mal bei Nico wieder, ähm, dass wir hier noch fertig präparieren können und uns dann auch, ja, irgendwie dann wieder mal treffen können. Und nicht verfahren. Genau. Und danach können wir dann am nächsten Skitag schon die neuen beiden Anlagen hier, das heißt nicht neu, aber die beiden, die wir öffnen werden, in Betrieb nehmen. Genau dann, danke fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschau. Tschüss. Tschau. Tschau. Staczy, Schäuple. Untertitelung des ZDF, 2020